Und da ist der Doktor. Eigentlich ist der Doktor gegenüber. Wahrscheinlich ist der auch selber schon an der Pest verstorben. Ich bin irgendwie, naja. Ja, ich bin Arzt. Tod. Ja, toll. Na, wir sind auch die Ratten. Die Ratten, die die Pest übertragen. Ein Pest, Doktor. Und schön. Echt unschön, aber gut. Lässt sich nicht ändern. Okay, passt mal auf. Ich baue jetzt hier oben einfach ein Markthaus hin. Hat der nicht diesen endlos langen Weg erst noch da hoch? Das ist ja echt vollkommen unnötig eigentlich. Ich habe nichts gemacht. Und bitte fahren Sie weiter. Boah, Gott sei Dank. Das ist ja nur unser netter Freund, der wird schon nichts machen. Aber schon komisch, dass der immer so patrouillierend durch die Gegend fährt. Mache ich mir schon ein bisschen Sorgen. Mache ich mir schon ein bisschen Sorgen. Kann ich mir nicht anders sagen. Das Beste ist ja immer noch da. 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 Na ja. Da. Pass mal auf, wir machen mal folgendes. Und erhöhen mal die Aristokratenhäuser auf 30. Das ist natürlich ein mutiger Schritt, ich weiß. Die Überfahrt hat sich ausgezahlt. Okay, der kommt doch öfter und verkauft. Na gut, wir haben ja Edelsteine auch mal voll. Also, das was wir haben wollen. Vielleicht können wir hier einfach mal sagen, kauf immer bis zu 10 ein. Dann haben wir immer ein bisschen was auf Lager. Ich finde es gut, dass Gold einfach teurer ist. Pro Stück. Als Edelsteine. Da kommt der schon wieder. Alter, wie oft kommt der denn? Eine Produktion kommt zum Erlieben. Da wäre ich dann natürlich doch noch pleite irgendwann. Wenn das so weiter geht. Ein Fischvorkommen ist erschöpft. Das ist korrekt. So. Eins, zwei, drei. Drei, vier, fünf. Sechs, sieben, acht, neun, zehn. Die wieder hoch. Und die dafür ein bisschen runter, damit die Leute auch einziehen. Aber bei Gelb ziehen die Leute nämlich nicht ein. Ich bleibe bei 31 von 40 pro Haus. Also müssen wir die Westens in den hellgrünen Bereich bewegen. Sonst ziehen die nicht ein. Nein, nein. Spiel gesichert. Sehr schön. Was haben wir am Blüten? Sieben Tonnen haben wir am Blüten vorrätig. Ja, das ist ja geloch. Na, zudem können wir da noch anscheinend ein bisschen mit ausbessern. So, der wird abgeholt. Und als Narration ist gleich soweit. Wobei brauchen wir eigentlich ja eh nicht. Das brauchen wir eigentlich im Moment wirklich gar nicht. Gut. Also Gold, Edelsteine haben wir uns auch drum gekümmert. Sieht das doch schon mal ganz gut aus soweit. geht es halt jetzt noch darum, die Stadt auszubauen und, naja, im Prinzip ein bisschen die Versorgung weiter auszuheben. Wobei, ich mach jetzt mal folgendes. Einmal kurz auf volle Kanone, alles runter. Achso, ihr natürlich auf. Na, damit wir wieder 40 Kaufleute haben. Na? Ich hoffe, wir können so viele... Ja, doch. Wir haben hier oben nochmal das Theater gebaut. Sehr schön. Sehr, 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 sehr schön. Und was ich auch noch machen möchte, bald ist endlich mal eine Stadtmauer. Sie müssen schon mal hier vorne rum. Ich sag mal, so von hier oben kommt eh keiner. Oder könnte man hier anlanden? Na, dann müssen wir schauen. Auf jeden Fall, ne, können ja nur von hier und von der Seite welche kommen. Von drei Viertel. So, was los? Da sind sie doch. Eins. Machen wir einfach nur auf vierzehn, also machen wir jetzt noch acht. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Was für ein Triumph des Lebens über den schwarzen Tod. Ich bin froh, dass ich euch nicht an den schwarzen Tod verloren habe. Acht. Ist jetzt egal. Nein, es fehlt noch eins. Schon, dann scheint einer eben... Hat irgendjemand nicht reagiert? Hat ihren Haus nicht reagiert? Nein, das habe ich mich echt verzählt. Nehmen wir gleich den hier einfach. Früher oder später. Alter. Alter. Danke. Wie überaus freundlich. Ja, zeig ich mal her. Liefern sie zwölf Tonnen Tabak. Na, das ist kein Problem. Wobei, wir haben keinen Tabak in dem Sinne, ne. Wir haben nur die Tabakwaren. Äh, ja, dann müssen wir mal eben hier Wege auslegen. Glücklicherweise hat sich die Überfahrt zu euch gegeben. So. Fangen wir mal hier rüber. Ich meine, dessen macht jetzt endlich was, was ich glaube ich schon mal vorhatte. Äh. Doch, nämlich genau hier. Hier. Ähm. Verzieht euch mal eben hinter die Festung. Schauen wir doch mal, was wir hier... Ob wir hier hinten eine Statue hinkriegen. Natürlich nicht der Venusbrunnen, der war ja so groß. Hm. Ähm. Irgendwo möchte ich irgendwann mal ein Venusbrunnen und sowas hinsetzen. Weil hier so die Festung mit dem hier ankommenden Weg, das verdient eigentlich... Euch scheint das kleinste Detail eurer Stadt grau so wie ich... Oh, er gützt sich am Liebreiz ihrer Stadt. Oh Gott. So viele fremde Wörter. So, ist jetzt auch zugepflastert. Das ist immer so. Hm. Ich mag das eigentlich nicht zugepflastert, aber... Hm. Hm. So geht's doch auch. Oh, oh. Das wird auch immer mehr. Gegenüber der Königin ist... Also immer schneller, immer mehr. Oh. Ich begrüße... Ja, ich begrüße euch auch. Guten Tag, der Herr. Ähm. Zehn. Wir waren zwölf Tonnen, ne? Oh. Zwölf Tonnen. Zwölf Tonnen. Tabak. Tabak. Wir können los. Es kann sofort losgehen. Gut, dass wir so viel handeln. Ohne den Handel wären wir, glaube ich, echt schon pleite. Zwölf Tonnen Tabak. Bitteschön, ich glaube, wir sollen es eh... Ich könnte bei dieser Sache eine helfende Hand gut gebrauchen. Ja. Kriegen wir wieder Pilze für. Ich denke mal, die werde ich auch direkt nehmen. Ja. Also, gut. Wir haben jetzt hier diesen schönen kleinen Platz. Das müsste man natürlich, das mache ich dann wieder bei der zweiten Stadt. Wenn wir irgendwann die Unabhängigkeit erreicht haben. Und dann Krieg geführt haben gegen den Wienfried. Und wenn wir dann praktisch seine Stadt auch noch übernehmen. Dann mache ich die, so wie damals dann bei Nordheim, bei 1404. Auch mehr Schönbau als in damals. Ne, Quatsch. Bergenfurt war es ja. Bergenfurt war das von, die wir dort übernommen haben. Nordheim war ja auch da unsere erste. Dann bin ich auch da wie in Bergenfurt Schönbau betreiben. So ein bisschen. Ich finde das jetzt hier richtig schön eigentlich, wenn wir diese Festung hätten. Die Festung ist ja das hier oben, aber ist ja egal. Von mir aus auch dann die Garnision in der Stadt. Wo ist das Tor? Da. Ah, ihr habt meinen Auftrag. Und haben dann praktisch davor. Moment, ich zeig das gleich. Hatte ich zu viel mitgenommen? Und ich glaube, ich habe zu viel mitgenommen. Ist ja egal. Vielleicht werde ich eure Dienste auch einmal den Anspruch nehmen. Ja, machen das. So. Hier einen Zweierweg breit. So als Hauptstraße. Bisschen irgendwo hin. Keine Ahnung. Dann halt links und rechts davon. Baum oder Busch oder so. Keine Ahnung. So als, ähm, naja, Zierallee. Ich muss das gar nicht alles rüberpacken. Und ich mache es jetzt trotzdem. Ist jetzt egal, weil ich nicht mehr weiß, wofür das jetzt nicht sein sollte. Aber ganz im Ernst, der hat doch keinen blassen... Äh... Alter, der hat jetzt keine Chance. Der hat absolut null. Chance. So, tschau. So. Selber schuldig. Nicht mit mir an. Bastard, Junge. Entschuldigung. Bereit zum Auslaufen. Bereit zum Auslaufen. Ich gehe vielleicht aufs Klo. Okay, äh, hier haben wir alle. Ihr seid alle, glaube ich, ganz gut versorgt. Dann könnt ihr nämlich da auch. Und ihr... Wahrscheinlich auch. Dann machen wir mal wieder ein bisschen Geld. Ein bisschen Kohle. Nein? Ein bisschen Kohle. Ähm... Werden wir immer noch... Ja, wir sind weit im Handelsabkommen drin. Dann werde ich hier bei ihm einfach mal wieder Taschendiebstahl betreiben. Ich werde auf dem Marktplatz ein paar Beutel aufschlitzen. So ist es auch schön gemacht. Halt! Oh Gott, ist das schnell? Geld. Ich werde mal schauen, wie lange der überhaupt braucht dafür. Ich weiß es nämlich gar nicht mehr. Dann bauen wir uns mal einen Schloss. Nein. So viel Geld haben wir nicht. Ich dachte ja eher an den Anfang einer Stadtmauer. Hier so rum. 2.400 für das kleine Stück. Aber wir haben jetzt hier natürlich auch das schöne Toile mit eingebaut. Ich mag übrigens auch diese Stadtmauer. Die finde ich schön. Auch wenn jetzt die Einheiten drin stehen. Da war unten ein Stein. Oben... Holz. Und wenn jetzt jetzt mal oben offen wäre. So wie die zum Beispiel in Rotenburg auf der Tauber. Wäre das ja ein Traum. Hier geht leider nicht näher ran, weil hier mal ein Vorkommen war. Müsste man das Haus ein nach links verschieben, dann könnte man nämlich hier praktisch rum bis zum Berg. Die habe ich um einige Münzen erleichtert. Darum. Pass auf. Machen wir. Tschau. So. Achso. Die konnte man gar nicht in die Stadtmauer integrieren. Ja. Stimmt. Da war ja was. Da war ja was, was bei Anu 1404 viel besser gelungen war. Das könnte ja auch schon mal besser aussehen, wenn man von hier mit dem Schiff angefahren kommt. ja ich bin in den modus ja schaut mal gut ist nicht die statue natürlich noch nicht so schön aber der stadtmauer davor das hat doch schon ein bisschen was die ziehen wir dann hier noch ups stückchen weiter jetzt ist ja das markthaus im weg ja aber ist ja auch nicht ganz so wichtig wir brauchen sie ja eigentlich nicht gerade da ich den krieg erst machen möchte wenn wir auch die unabhängigkeit erreicht haben dauert das auch noch ein bisschen ich habe die befürchtung dass wir vorher zu viele ausgaben im krieg auch haben werden so dass wir dann na ja uns zu übernehmen wenn dann auch noch die gründliche flotte an käme mit ihrer majestät hier dann möchte ich gerne darauf verzichten möchte ich mal klar das alles das alles hier möchte ich natürlich später irgendwo haben wie auch immer wir das alles hinkriegen wollen und das hat auch zeit wir brauchen erstmal 2600 für den leuchtturm mit einem Endeffekt aber eben ganz kurz wo ist das schiff mit den felsen wir sind bereit bereit zum auslaufen ich habe es nicht geschafft mich vorher zu muten wahrscheinlich bis hinterher geschafft müssen wir mal eben notieren bei 42 55 ähm muten so da wegen des nächstes wäre schön zettel weg oder block weg so dann kann es weiter gehen es kann sofort weiter gehen in ja in nicht du